Suzuki Austria und Jacques LeMond präsentierten kürzlich eine weitere Kooperation, die 2017 begann. Wie so oft, wenn sich zwei österreichische Global Player zusammentun, entsteht einmal mehr etwas Besonderes. Suzuki ist an uns herangetreten, ob wir diese Kooperation eingehen. Wir haben natürlich selbstverständlich dieses Angebot angenommen und 2017 haben wir begonnen. Heuer ist wirklich ein tolles Jahr, weil zwei Autos mit Jacques LeMond gebrandet werden. Wir sehen das natürlich als tolle Werbung und wir sind für diese Kooperation dankbar. Ja, wir haben bereits 2017 begonnen mit der ersten Kooperation mit Jacques LeMond. Es gibt ja viele Verbindungen zwischen einer Uhr und einem Automobil. Es ist natürlich eine filigrane Technik dahinter, sehr viel Innovation dahinter. Es gibt natürlich auch das Rationelle dahinter. Eine Uhr theoretisch zeigt nur an, wie spät sie ist. Ein Auto theoretisch bringt sie nur von A nach B, aber beides ist Gott sei Dank nicht so. Es steckt Innovation dahinter, es ist Emotion dahinter, es ist ein Lifestyle dahinter. Und wir haben natürlich eine Kooperation mit Uhr und Automobil in Österreich gesucht und Jacques LeMond, ein österreichisches Unternehmen. Und daher sind wir sehr froh, dass wir da diese Kooperation haben dürfen. Absolut am Puls der Zeit, auch der Zugang zu Kooperation seitens Jacques LeMond. Ja, wir haben, ich habe es schon vorher erzählt, in der Pandemie Zeit gehabt nachzudenken. Wir haben eine umweltfreundliche Uhrenkollektion an den Markt gebracht. Und wie wir von Suzuki gehört haben, sind wir sehr umweltfreundlich, umweltbewusst. Und das hat diese Partnerschaft ergeben. Für die Umsetzung des Designs verantwortlich war einmal mehr das Team rund um Christian Stachel von SoloDue. Die Vorgaben waren aufbauend auf dem letzten, wieder ein dezentes Design zu gestalten. Das, was eine breite Zielgruppe anspricht, mit gedeckten Farben. Angelehnt an das Abendband, wo wir gehört haben, dass das aus dem speziellen Apfelleder gefertigt wird, also diesem nachhaltigen Leder. Und das haben wir gemacht mit feinen Akzenten im Bereich Außen, also in Form von einem Dekor. Ein Pace-Holendekor mit einer Struktur drin, mit dem Logo von Jacques Le Mans. Einfach ganz dezent und abgestimmt aufs Fahrzeug, auf die beiden Modelle Ignis und Swift. Wer also ein exklusives Kleinwagen-Sondermodell erstehen und so nebenbei auch gleich ein Uhrendesignerstück einsacken will, der sollte sich bei Suzuki und Jacques Le Mans umschauen. Aber Achtung, die Auflage ist jeweils limitiert.